Herzlich willkommen, guckte Freunde, Investor und Nullkammer. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Tag. Nano XNO, ein potenzieller Coin, der von den Wahlen gepompt werden könnte? Danke. Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten, aber wir können uns den Verlauf angucken des Coins und eventuell einige Rückschlüsse ziehen. Verläuft genau so wie die OG-Coins. Das ist auch gut, dass er hier den 2017er Buran mitgemacht hat, auch mit einer Sattensteigerung. Der ist von 14 Dollar auf 14 Cent auf hier ungefähr 34 Dollar hochgegangen. Das waren mal Prozente, die man da mitgenommen hat. Genau wie der Rest der OG-Coins bewegt er sich jetzt auch. Hier hat er einen kleinen Pump gemacht, sein All-Time-High nicht erreicht und ist noch einmal runtergecrashed. Könnte einer dieser potenziellen Coins sein. Weiß man das zu 100%? Weiß man leider nicht. Aber der verhält sich genauso wie die anderen alten OG-Coins. Müssen wir abwarten und gucken. Viele behaupten auch, hey Caro, was machst du denn, wenn keiner der OG-Coins gepumpt wird? Wenn das jetzt alles anders ist. Ja, dann ist das so. Was sollen wir machen? Ja, falsch. Falsch spekuliert, würde ich da mal sagen. Glaube ich aber nicht. Gucken wir mal. XRP to the Moon. Ja, mein Lieber. Wenn der Zeitpunkt kommt, dann wird das Ding explodieren. Und diese ganzen Leute, die keinen Plan davon haben, die sagen, wegen Market Cap und wegen der Coin-Anzahl kann er den und den Preis nicht erreichen. Die haben keinen Plan davon, Leute. Die wissen nicht, wovon sie da reden. Die haben sowas von keine Ahnung, wie sich Preise bilden. Viele wissen gar nicht, dass wenige Millionen in einer Börse ausreichen, um XRP für mehrere Euros nach oben zu bringen. Da braucht es keine Milliarden oder sonst irgendwas. Die beschäftigen sich einfach nicht damit, wie die Preise in einer Exchange gebildet werden. Es gibt mehrere Artikel, die besagen, dass wenige Millionen Euro, da hat einer das dargestellt gehabt, dass bei Bit.true als XRP von 19 Cent oder sowas auf 1,20 Dollar gegangen ist, dass letztendlich irgendwas mit paar Millionen Euro nur dafür gesorgt haben. Also im 10-stelligen Bereich, Millionen, dass XRP fast einen Dollar nach oben geschossen ist. PP-Beträge, Mini-Beträge sind das. Lasst euch nichts erzählen. Die haben keinen Plan von der Welt, diese Leute. Die wissen nicht, wie sich Preise bilden. Und die gucken sich dann an und sagen, aufgrund der Coin-Anzahl kann er gar nicht, weil der Market Cap dann durch, ich könnte mir echt meinen Kopf durch die Wand hauen manchmal, wenn ich sehe, dass Leute so darüber sprechen. Das ist Ahnungslosigkeit, Leute. Ahnungslosigkeit, die aus diesen Menschen, Influencern, Menschen oder was auch immer, wer darüber spricht, die haben keinen Plan davon. Die haben keinen Plan davon. Die recherchieren nicht. Die haben ihre eigenen Fantasien in ihrem Kopf, die philosophieren und hauen dann sowas raus. Die wissen gar nicht, dass dieser Market Cap Müll ist. Müll. Da gibt es nicht so viel Geld drin. Egal, welchen Coin ihr euch hier angucken werdet. Hier oben auch. Und es wundert mich nicht, dass man diese Artikel, dass die rausgenommen worden sind, dass man die auf einmal nicht mehr findet. Von namhaften Universitäten. Wie MIT. Ich habe es schon gesagt gehabt. Warum ist dieser Artikel nicht mehr zu finden? Warum? Warum nehmen sie sowas raus? Weil sie nicht wollen, dass die Menschen sowas wissen. Die wollen es einfach nicht. Die wollen nicht, dass man merkt, wie manipuliert und gesteuert dieser Markt ist. Irgendwann wird das wieder rauskommen. Und in diesen Artikeln, da wurde gesagt, dass wahrscheinlich nur ein Sechstel an Geld von dem, was da im Market Cap angezeigt wird, wahrhaftig an Liquidität in diesen Markt geflossen sind. Und das ist nicht nur hier so. In der Börse ist es ähnlich. Es gibt nicht so viel Geld. Und diese schwachsinnige Art und Weise, wie das hier einfach übernommen worden ist im Kryptomarkt, dass man versucht, wie bei Aktien, die zirkulierende Anzahl an Coins mal den aktuellen Preis und so den Market Cap zu errechnen, ist der größte Schwachsinn, den es auf dieser Welt gibt. Warum? Es gibt eine bestimmte Anzahl an Coins in einer Börse. Und wenn? Und wenn in dieser Börse, da sind ja nicht alle XRPs, die existieren da drin. Anhand von dem, was die Börse da hat, werden Preise ermittelt. Und viele verstehen das nicht. Viele verstehen, dass sich das dann wenige Millionen Dollar oder Euros dazu führen können, dass wir hier ex-augbitante Anstiege im Preis haben können. Aber lasst sie, Leute. Lasst sie. Die werden später so dämlich aus der Wäsche gucken, wenn die Preise bei den Coins, wo sie behauptet haben, wegen der Coin-Anzahl kann das Ding nicht steigen. Die haben keinen Plan von dieser Welt. Die haben einfach keinen Plan von dieser Welt. Glaubt denen nicht. Hört nicht auf diese Leute. Aufgrund von der Basis des Market Caps zu sagen, der und der Coin kann diesen Preis nicht erreichen. Ahnungslosigkeit. Reinste Ahnungslosigkeit. Man kann sich damit beschäftigen. Es braucht eine Weile. Ich habe früher genauso gedacht. Ich habe auch gedacht so, boah, ehrlich, jetzt ist es schwer. Und dann liest man sich ein und liest immer mehr und immer mehr. Und irgendwann hat man ein bisschen mehr Ahnung davon. Man versteht, wie das Ganze berechnet wird. Und dann klingelt es. Und dann denkt man sich, okay, diese Idee mit diesem Market Cap ist einfach Quatsch im Kryptomarkt. Aber hey, lasst sie ruhig. Sie werden später dumm aus der Wäsche gucken. Und wenn wir hier exorbitant hohe Preise haben werden, und dann erst, und dann erst, dann werden sie verstehen, was das überhaupt ist, was sie verpasst haben. Und die werden zu extrem hohen Preisen da reingehen, während wir sie dann dumpen werden. Weil wir dann sagen, hey, zu diesen Preisen sind wir jetzt bereit zu verkaufen. Warten, bis das Ding wieder fällt und kaufen dann neu ein. Aber so ist der Zyklus nun mal. Was wir an KuKern gut finden ist, dass, wie gesagt, viele Coins man dort kriegt, die oftmals noch nicht mal bei Binance registriert sind. Und das fanden wir wirklich sehr, sehr gut. Und haben uns gedacht, ja, fangen wir mal die Partnerschaft mit denen an. Testen wir das mal für einen Monat aus und gucken mal, wie das dann läuft. Wer da noch nicht drauf ist, geht ruhig drauf, registriert euch, guckt euch das an. Wird auf jeden Fall, privat habe ich mich da auch angemeldet, weil es da halt einige Coins gibt, die ich im Bärenmarkt nur dort kriege. Darum wird euch das auch auf jeden Fall helfen. Denn einige Coins, die wir auf jeden Fall kaufen wollen, die kriegt man kaum woanders. Und das fand ich auch gut bei KuKern, als mir Toni, mein Freund, Grüße an dich, Fazio, Zyklus, mein Lieber, Tunjai, als der mir das empfohlen hat, habe ich mir gedacht, hey, okay, bist du auf jeden Fall nice. Hab mir die Coins angeguckt, die dort registriert sind und sind wirklich viele da, die man woanders nicht bekommt. Und die registrieren auch jetzt öfter Coins, die noch nirgendwo anders sind. Das heißt, die sind da schon gewählt, so eine Vorreiterposition in dieser Hinsicht einzunehmen. Darum können wir das nur weiterempfehlen. Die sind wie Atani direkter Partner von uns. Zwar jetzt KuKern erstmal auf Probe, aber können wir nur weiterempfehlen. Meldet euch da jetzt auf jeden Fall schon mal ein, damit ihr die Coins, die wir im Bärenmarkt einkaufen können, auch direkt kriegt und dann keine Probleme habt. Und das Gute ist, wenn ihr auch schon Atani nutzt, falls es Serverausfälle gibt und all sowas, wenn ihr runterscrollt, auf die Atani-Seite geht mit unserem Link, dann seht ihr auch, KuKern wird hier auch unterstützt. Die Exchanges, wo ich jetzt aktiv eingetragen bin, die hier vorhanden sind, sind auf jeden Fall Binance, sind Bittrex und sind KuKern. Und die drei, die kann man dann einfach mit Atani verbinden und muss dann nicht einzeln, separat, immer wieder auf die einzelnen Exchanges drauf zugreifen. Man kann durch Atani ein kostenloses Tool, wie gesagt, auf alle Exchanges zugreifen, die dort in Angezeit sind. Und es werden neue dazukommen. Die arbeiten an Bitpanda, die arbeiten an FTX und die arbeiten an Crypto.com, dass das hier auch noch alles dazukommt. Die sind noch frisch, die sind noch neu auf dem Markt und sie entwickeln sich daher. Hey, Geschenken Gaul schaut man nicht ins Maul. Wollte ich nur nochmal zeigen, dass KuKern auf jeden Fall dort drin ist, falls ihr Atani auch schon nutzt. Warum ist das gut? Weil öftermals die großen Exchanges, wenn wir in so einer Hochphase sind, alle gerne verkaufen möchten, brechen die Server mal zusammen. Das passiert bei allen großen Exchanges, weil da eine Massenanflut an Kunden reinkommt, die Server überlasten, dann fallen die einfach mal für mehrere Stunden aus. Die User Interfaces natürlich. Im Hintergrund geht die Exchange ja trotzdem weiter. Und über Atani kann man über eine API-Verbindung halt trotzdem Zugriff drauf haben und seine Position schließen. Das heißt, das ist auf jeden Fall einer der Exchanges, die wir nutzen und jetzt auch als Partner haben, Leute. Kann ich nur empfehlen, geht drauf, registriert euch. Hat gerade, glaube ich, zwei Minuten bei mir gedauert. Ging richtig schnell. SEPA-Überweisungen sind möglich, unter anderem mit mehreren anderen Zahlungsmöglichkeiten. Können wir nur weiterempfehlen. Wir benutzen es, darum empfehlen wir es auch weiter.